Er ist wirklich weg. Eine Schweigeminute für den Eimer. Und damit kennen wir Leute was genauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von der Stanley Parable 2 Ultra Deluxe, wie auch immer du es nennen willst. Wir haben beim letzten Mal dem Eimer geholfen vom Spiel zu entkommen. Und ja, er ist halt wirklich weg. Ich hätte nicht gedacht, ich war gerade dabei schon mal vorzubereiten, eben für das Video hinzulaufen, schon mal zu dem Ending, was ich wollte. Und der Eimer ist einfach weg. May the bucket rest in peace. Ja. Genau. Übrigens, Leute, ist euch in letzter Zeit auch so warm? Mit dem neuen Merch von K-Storm, ja, mit den T-Shirts, ist euch nie wieder warm. Und unverbindliche Vertragsunterzeichnung, ich hab das nie gesagt. Auf jeden Fall, wenn euch zu warm sein sollte, holt euch doch das neue K-Storm-T-Shirt. Damit ist euch niemals zu warm. Genau. Könnt gerne unten in der Videobeschreibung mal auf den Shop gehen, vorbeischauen, falls ihr auch so eine coole Cap, T-Shirt, Pulli, was weiß ich, was es gibt. Tasse, eine Tasse, ganz wichtig. Sonst steht ihr nicht immer so blöd mit Flasche da wie ich. Boah, das war mega knapp. Ich war in der Mitte von etwas, hast du keine Konsequenzen für andere? Hast du so überzeugt, dass ich etwas schlechtes zu tun habe, dass ich etwas schlechtes zu tun habe? Warum, ich weiß nicht, wie ich das zu tun habe, aber ich wirklich möchte euch helfen, um zu zeigen, etwas schönes zu zeigen. Schau, lass mich das zeigen. Lass mich das zeigen, dass ich auf deinem Seite bin. Gib mir eine Chance. Jetzt, hör mal kurz, das ist wichtig. Stanley ging durch die Reddor. Aha, vielleicht hast du verstanden. Stanley ging durch die Reddor. Ich gehe jetzt durch. Ist es genau das gleiche Ending? Geht die Tür nicht irgendwann auf? Stopped. Und ich denke... Ich denke, ich habe eine Lösung. Hier. Lass mich euch zeigen. Hm. Was wollen wir? Was wollen wir? Was suchen wir? Okay. Dann lass uns das Spiel nochmal von vorne beginnen. Und... Ja. Ich schneide euch das Ganze an der Stelle und laufe nochmal kurz woanders hin. Und jetzt haben wir den Replacement Bucket. Okay. Ich würde sagen, ich laufe trotzdem nochmal kurz zum Ending und dann... Gleich. Oh, da wären wir jetzt. Paarmal durch die blaue Tür gegangen anstatt die rote. Und wir kommen hier hin. Genau. Entwickler Texturen. Ich habe auch gerade bei der Recherche gesehen... Ich habe nochmal kurz zwischen dem Chat bisschen was recherchiert. Ihr könnt hier auch mit einer Portal Gun rumlaufen, wenn ihr wollt. Gebt das einfach mal ein Stanley Parable Ultra Deluxe Portal Gun. Und ihr findet Tutorial Videos, wie ihr da die Folder hin und herziehen müsst auf dem Computer. Und dann hier einfach mit einer Portal Gun rumlaufen könnt. Weil das Spiel unterstützt dieses Feature. Das Spiel hat mehr Secrets als weiß ich nicht was. Ja. Geht's da lang. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Also sorry, aber ich hatte gar keine Ahnung. I mean, I can understand if you had reservations, you saw ways the game could be improved You could move to more fully express itself mechanically and artistically. But a one? That's not even helpful. What am I supposed to do with that? But I guess it is in my place to judge. Here, based on the data from your previous playthrough, I compiled a new version. Ja? To be perfectly candid, I think I've knocked it out of this one. Let's take a look. Let's just look at the World Wide Leaderboard. Let's go and see. And now I'm doing it. Noah O'Neal is still older with 2 storage seconds of my record. I'm still completely unsure of this one instead. Oh Iэ Hold on. But we're feet além. Die zahl ist immer die gleiche Ach ich bin der schlechteste von 9000 spielern ich bin mir sicher das spiel hat mehr als 9000 spieler Und vor allen dingen ich heiße nicht stanley Ich heiße ja am case on 915 auch auf steam Eine tote ratte ist offline Ich bin jetzt wieder komplett von vorne Geht's durch die tür Und helft you feel motivated to keep walking through doors Gar nicht Honest answers please Gar nicht Hey I nearly forgot I got a prototype of a new game I been working on And now would be a lovely opportunity to give it some playtesting You wouldn't mind taking a look at it would you? Perfect Let me boot it up 4 Stunden In this game the baby crawls left towards danger No joke 4 Stunden und das Spiel verändert sich wirklich It's a very meaningful game Werde dazu nochmal eine Reaktion machen Irgendwann mal Vielleicht I think the art world will really take notice But of course the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective Be sure to keep notes on your experience Ich drück jetzt kein einziges Mal Weil das Spiel ist schlecht Das arme Babi You heartless bastard Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter well I don't know what to do I'm completely out of ideas I can't think of a single thing that might improve the experience for me I'm not even going to try I'm out I'm out I'm done It's over Thank you for playing Your input was extremely valuable Oh hey since my game was so awful Why don't we play someone else's game Just to ease the pain Let's see Anscheinend kann man auch Portal Maps hier drin spielen Aber es Habe ich nicht wirklich Lust zu da irgendwie An den Gamefalls was rum zu machen Ich habe immer Angst was kaputt zu machen Klar ich könnte es mir dann wieder neu runterladen Aber War ja gut Glaublich heißt das Weiß ich jetzt nicht Hier sind die Texturen auch nicht so schön Mister Ich glaube wir sind das wirklich nur wenn ihr auf 60 FPS gestellt habt Könnt's ja mal testen Kann ich durch die Tür Also die Tür ist jetzt nicht so gut texturiert Ähm Na gut Frag mich ob es vielleicht wirklich eine Möglichkeit gibt hier zu escapen Oh mein Gott Und jetzt die Konsole öffnen und sich dahinter teleportieren Warum ist das hier blau Und warum ist das die schlechteste Steintextur der Welt Kommen wir zu Rocket League An alle Rocket League Spieler da draußen Bewegt sich das Gras in dem Spiel wirklich Und wenn ja Wer hat sich die Mühe gemacht das zu animieren Und warum sieht das so schrecklich von oben aus Weil hier sie nicht auf das Game Design ist Also tatsächlich sieht das sehr langweilig aus So was exactly do we do here Let's see There are lots of cars here in the back But obviously there is no racetrack Okay I'm seeing that there is a ball of some kind back here Is this game sportsball? Stanley I think it's sportsball Oh what fun We shall run the bases and do a touchdown together Yes I think surely we must Okay Stanley Here's the ball Have fun Bin ich schneller? Da bin ich Oder? Ja Weil bevor wir jetzt diesen Ball da runterschmeißen Springen wir direkt runter Ja Was willst du jetzt machen? Stanley, don't do that I can't follow you there I can't help you How will you write a story without me? You can't do it Okay Das wollte ich nicht Ich hab nach nem Weg gesucht Aber scheinbar gibt es da wirklich keinen Und jetzt gehen wir wieder straight forward nach links vorne Wo das Deal ist Und dann ist es vorbei Ja Ich bin immer noch total müde von der Fahrt Tatsächlich nehm ich dieses Video am selben Tag auf Wie auch das Kirby Video und das letzte Video Und ich werd halt noch Inside aufnehmen Hallo? Okay Und da noch was? Einstellungen Ich glaub ich hab nämlich die Videosettings gar nicht aufgeholt hoch Okay Doch, hab ich Ja, hab ich Wieso hat das nur 59 Hertz? Das stört mich Wir haben ne Taste für Spring Wir haben ne Interagieren Taste Ich hab nix gemacht Oh mein Gott Oh mein Gott Ich glaub ich brauch ne Pause hier nachher Oh mein Gott Ich glaub ich brauch ne Pause hier nachher Und wenn er lernt Die heviere Kosten Die kommt mit dem Er wird bald verstehen Was ich versucht ihm zu erzählen Er braucht mich Niemand Wer wird alles auf dem Ende Verrückt Um Sinn aus dem Chaos Und dem Angst Und dem Angst Das ist wer ich bin Das ist was ich Für diese Welt Ja Kann sein, dass das heute ne kürzere Folge wird Ich hab mir ein bisschen mehr vorgestellt Ähm Oh Gott Ja Wir nehmen den Eimer Und machen nochmal dieses Eimerraten Ending Welches sich ja auch dort befindet In der Ecke Nur wir werden einfach ein paar Normal Wir werden mal normal antworten Ne tu ich nicht Oh mein Gott Ich geh gleich schlafen Ist ok Es ist 15 Uhr Es ist 16 Uhr schon Ähm Meine Die Schwester von meinem Opa Ist meine Großtante Urgroßtante Großtante Ich weiß nicht genau Die kommt heute Die kommt Ähm Die wohnt in Paris Wo ich ja eigentlich Wo wir eigentlich ursprünglich hingegangen werden Jetzt im Urlaub Ähm Sind wir ja nicht Wir sind ja dann nach Italien gegangen Die kommt zu Besuch Ähm Eben zum Geburtstag Feiern und sonst so Sachen Und die kommt jetzt so gegen 16 Uhr Ja Irgendeine Tür muss man für ein achievement 500 mal anklicken Und da gibt es ein achievement Ich weiß gar nicht Wieso ich die ganze Zeit Im Maus drück Ja komm Ich bin immer noch müde Okay wir kommen hier nicht mehr raus Ja Ist das a bucket? Item 1 Ist das a bucket? Ja Incorrect Ist das ein hologram Of a bucket Not an actual bucket Ja Nexus Item 2 Ist das a bucket? Ja Incorrect Ist das ein 3D Printed Recreation Of a bucket Not an actual bucket Frag mich wer sich das ausgedacht hat Item 3 Ist das a bucket? Ja Correct This is a bucket Ich hätte nein drücken müssen Item 4 Ist das a bucket? Ja klar Ja klar Ja Kommt hier Also der Typ der das geschrieben hat Frag mich auch auf was der war Als er das Spiel entwickelt hat Item 6 Item 6 Ist das a bucket? Nee Trick question Both Gotcha Hä? Both Also manchmal frage ich mich Ich hab mich auch auf was der Item 5 Wait hold on I can't find the next one Let me see Should be around here somewhere Ja 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 Ich gehe gleich einfach nach Hause und dann ist es gut für heute Ja Du kennst, was ich? Ich bin sehr konfused, dass ich es sogar ausfritern. Ich habe verletzt den ganzen sensen des Perspektiven. Which ist eine Bucket? Was ist eine Bucket? Ich bin ein Moment vorhin, ich konnte diese Fragen mit Sicherheit Und jetzt bin ich etwas dagegen. Wie man kann ich meinen eigenen Wachen wissen, dass ich eine Bucket ist? Und wie ich eine Bucket? Stanley, ich kann trotzdem machen das aber. Ich habe mich verloren. Ich habe mich verloren, und ich habe mich weiter mit der vorherigen. Du bist kein Bucket. Ich hab Nein gedrückt. Ich weiß, wir hatten das Ending schonmal, aber es ist halt trotzdem confusing. Keine Ahnung, ob du dich jetzt besser fühlen sollst, da du weißt, dass du kein Eimer bist. Ich würde eher zum Psychiater gehen, weil du dachtest, dass du ein Eimer bist. Aber darüber macht ja keiner im Spiel. Die lange Reise des Stanley-Entwicklers. Stanley-Entwickler vs. die Bananen. Teil 2. Escaping from the Psychiatry. Wo ist es? Ich spiel's. Kein Thema. Dieses Spiel ist so meme-haft. War das die Tür? Ich mach einfach mal ein bisschen. Oder ich guck einfach ganz kurz mit euch zusammen in Steam Achievement. Ihr seht das nicht. Ähm. Wo? Äh. Steam. Ich kann euch das nicht zeigen. Ich weiß nicht, ob ich euch das zeigen kann. Stanley, das spiel ich gerade. Und zwar 430. Müssen wir fünfmal klicken. Das achte Achievement holen wir noch kurz. Spiele The Stanley Parable 10 Jahre lang nicht. Drei Prozent der Spieler haben das. Da steht nicht The Stanley Parable Ultra Deluxe. Das heißt, nee, 2023 haben wir nicht. Spiele The Stanley Parable den ganzen Dienstag lang. Sag mal, Octo-Fluffy. Nee, nicht Octo-Fluffy. Irgendwer hat mir geschrieben, dass er fast jedes Achievement hat, außer das mit den zehn Jahren. Sag mal, was hast du eigentlich am Dienstag gemacht? Also, jetzt mal for real. Ich würde sagen, wir machen ganz kurz das Achter-Ending. Und, äh, Tür 30. Gucke ich mal, wo die ist. 15. Hier geht's wieder runter. Ich bin schon dran vorbei. Sehe ich das richtig? Aber die muss ja irgendwo. Ich bin 27. The Room Closet. Es gibt ein Achievement, das heißt nur acht. Und ich bin mir zu 100% sicher, weil die einzige Mal, wo man was mit Zahlen machen kann, ist hier. Und ich gebe hier jetzt acht ein. Viermal, viermal. Funktioniert nicht? Echt? Doch, da! Acht, 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 acht. Ihr habt's auch gehört, wie er es gesagt hat. Das war das Achievement. Äh. Cool, I, 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 I think. Und Zimmer Nummer 30 ist das hier. Oh, please. Are you really just doing this for the achievement? Ja! Click a door five times. Is that all that you think an achievement is worth? No, Lenny. I can't just give these merits away for such a little effort. A measly five clicks. Now suppose you would have clicked the door 20 times. I would say that's the kind of effort that warrants recognition. I have to say, I'm still not feeling the satisfaction of what I'm trying to do for the noble cause. Perhaps 50 clicks will do it. Oh. 50 clicks. Wir machen jetzt einfach mal ein paar. Wie viele Klicks willst du? Wenn er jetzt mit 1000 kommt, geht. Echt, und dieser Stuhl. Stanley, I want to see commitment. A willingness to go all the way, no matter what the cost. Why don't you go for 20 clicks into door number 417? Weiss achievement sagt, dass ich hier draufklicken. 417. Wo ist 417? Wo war die? War doch hier vorne. Wo ist 417? I'm about to look. Was ist 17? Now, back to door number 437. Ich glaube, wenn wir zu weit gehen, geht die Tür hinter uns zu, habe ich Angst. Ich frage mich, was das für eine Schnitzeljagd wird. Aber das klingt sehr spannend. Let's see. How about you click on, well, I don't know, the copy machine. Äh. Alright. Back to room 417. I'm really feeling it now. I think we're getting somewhere. Yeah. Nein. Fuck. Now go climb on employee 419's desk. Wait. Nein. Wir haben uns das, was wir tun. Hello. This is a recorded message, scheduled either by you or person in your place of work. The purpose of this message is to warn you about the dangers of recorded messages. If at any time you believe you are listening to a recorded message, please terminate it immediately. Diese aufgezeichnete Message warnt uns davor Ich habe eine Taste verloren Dass aufgezeichnete Messages Ah, damit mache ich Screenshots Dass aufgezeichnete Messages gefährlich sind 419 Ist, obviously Hier Hallo Da kann man mehr drauf drücken Da kann man mehrmals drücken Was? 416 Ich bin unterwegs Wo ist 416? 417 417 Es gibt 416 nicht 417 Ich klicke jetzt Mal auf jede Tür 416 Gibt es nicht Die Tür Nummer 416 Gibt es nicht Sind die Tür Ich bin immer noch so weird Ne sind sie nicht Ich bin aber langsam 417 Ihr könnt also nur noch so Lisset Und dann B B Liebes Entwicklerteam von The Stanley Parable Ihr seid so wundervolle Menschen Schaut euch an, was wir machen müssen Wir müssen... Oh mein Gott, wie cool Ey, das Spiel ist so genial, man Wie kann etwas so perfekt sein? Hör doch auf Kein Mensch kommt da drauf, aber es ist so gut Ja Das ist einfach Magie Wir dürfen das jetzt nicht falsch machen Jetzt ist die Tür da Könnt ihr mal bitte ein bisschen nachvollziehen Was gerade in meinem Kopf vorgeht Dieses Spiel hat ein Secret eingebaut Das von euch so viel verlangt Und jetzt ist die Tür anscheinend wieder da Oder sie ist jetzt überhaupt da Hier, links Genius We've almost got it Now the copy machine Do that one again Add to the copy machine Finish it off, Stanley Five clicks on door Four, three, zero Eins, zwei, drei, vier, fünf Achievement! Yay! 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 Yippie! Okay Das ist das Spiel So perfekt Gut ist Wie kann etwas so gut sein? Erklär mir das bitte Oh mein Gott Das ist gut Leute, wenn ihr das Spiel genauso gut findet wie ich Lasst jetzt ein Like da Geht zu den Entwicklern und schreibt ihnen Best Game Ever Seen in the Welt Oh mein Gott Wir sehen uns ganz bestimmt beim nächsten Mal wieder Außer hier gibt es wirklich keine Endings mehr zu tun Ich weiß es nicht Vielleicht gibt es noch eine Folge Vielleicht auch nicht Wir werden sehen Und wenn nicht, dann freut euch aufs nächste Projekt Bis dann Ciao, ciao Leute So gut! Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann